Freunde, der allerletzte Run. Wir müssen irgendwie auf die 1800 zu. Wir sind bei 1500. Wir sind bei 1600. Hallo, mein Name ist Luca und wir spielen heute das Spiel Hyper Tunnel. Click anywhere to play. Das heißt richtig... Das war laut. Hold click to stay up. Das heißt, wir müssen... Ah! Wir müssen über diese Teile... Ich weiß nicht, was passiert denn? Dann... Ich muss... Hab ich Leben oder wieso? Oh mein Gott, Freunde, es wird immer schneller. Es wird immer schneller. Wir sind die ganze Zeit immer schneller. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh mein Gott, es wird viel schneller, Freunde. Was ist denn das? Meine Augen tun weh. Wow, shit, Mann. Das ist viel zu schnell für diese Welt. Aber ich bin tatsächlich eigentlich ganz gut. Ich bin noch nicht... Jo, wahrscheinlich. Wie soll ich das denn so schnell schaffen, Mann? Wie krass schnell ist das denn? Ich weiß gar nicht, worauf mich sich meine Augen konzentrieren sollen. Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, ob das bei YouTube so rüberkommt und warum ich gerade auch so schnell kommentiere. Aber meine Augen tun einfach unfassbar weh. Oh mein Gott. Boah, hab ich Augenschmerzen. 698. Versuch das mal zu knacken. Aber wir versuchen es natürlich direkt nochmal. Das ist echt noch so easy hier am Anfang, ne? Und gleich denke ich mir einfach wieder nur... Wow, Augenkrebs. Wow, Augenkrebs. Alter, was geht? Was geht? Das ist schon wieder so unfassbar schnell. Ich hab das Gefühl, immer wenn ich an diesen langen Teilen vorbeikomme, dass ich dann nochmal ein Stückchen schneller... Ich hab's langsam raus. Man wird immer zurückgesetzt. Und zwar immer wird jetzt... Gerade ist der Gelbe hier. Guck mal, ich sterb jetzt mal. Jetzt ist er ein Stückchen weiter links. Jetzt ist er noch ein Stückchen weiter links. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ist er komplett links. Und jetzt bin ich komplett tot. Das heißt, ich hab quasi so... Fünf Leben? Okay, das ist Leben Nummer eins. Das ist Leben Nummer zwei. Leben Nummer drei. Leben Nummer vier. Und das letzte Leben ist Leben Nummer fünf. Ich habe fünf Leben. Und das ist, glaube ich, der schlechteste Score, den man in diesem Spiel haben kann. Ich will nur einmal die 700 schaffen. Weil ich ja vorhin 698 hatte. Und da haben meine Augen schon so mega krass wehgetan. Aber da konnte ich das Spiel auch tatsächlich noch nicht so richtig gut. Alter, was geht denn bei diesem Spiel ab, Mann? So schnell waren wir, glaube ich, echt noch nie. Wir sind schon längst über die 700 weg. Das ist gar kein Problem für mich. Gar kein Ding für den King. Aber das ist halt gerade einfach nur noch unfassbar für meine Augen. Das tut einfach wirklich nur noch weh. Ah, meine Augen! Es tut so weh. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es beim Zuschauen weh tut. Aber bei mir gerade... Alter, meine Augen fetzen auseinander. Bam, tot. Oh. Ihr ahnt nicht, wie das weh tut. Aua, meine Augen. Sieht man das irgendwie? Ich habe das Gefühl, meine Augen zittern von links nach rechts. Meine Fresse. Aber egal, Freunde. Wir versuchen es natürlich direkt nochmal. Und zwar war vorhin unser Heißgott 1300... Oh Gott, das ist jetzt schon langsam im Vergleich zu gerade. Es ist immer richtig traurig, wenn man diese langen Teile sieht. Weil man dann weiß, dass das Ganze noch ein Stückchen schneller wird. Und die Augen einen noch mehr zerbersten werden. Boah. Wir werden schon die ganze Zeit wieder schneller, Freunde. Übrigens ist heute ein To... Oh, ich bin gestorben. Ich wollte sagen, dass heute ein toller Tag ist. Und zwar habe ich meine... Immer wenn ich was Tolles sagen werde... Will, wer... Ich sterbe die... 69. Was mache ich hier? Ich wollte sagen, dass heute ein toller Tag ist. Weil ich gerade meine jetzige Wohnung, in der ich hier gerade drin bin, nicht verkauft habe. Weil sie gehörte ja nicht mir. Aber ich habe sie weitervermietet. Das heißt, in den nächsten Tagen... Ich weiß gar nicht. Ich bin auch gerade am Vorproduzieren. Vielleicht bin ich schon umgezogen. Ich bin... Ich mache das nicht direkt so öffentlich. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen. Andere YouTuber filmen dann ihren Umzug und machen alles Mögliche. Aber ich bin wahrscheinlich schon umgezogen, wenn ihr das Video gerade seht. Das soll jetzt auch nicht negativ sein gegen irgendwelche YouTuber, die dann Roomtours machen und was weiß ich. Und ich bin halt nicht so... Nur nicht... Okay. Ich bin halt nicht so der Fan von diesem Spiel, weil es meine Augen komplett auseinander nimmt, Alter. Das ist nicht wahr. Wieso ist denn das hier schon wieder so schnell? Oh, ich bin schon wieder gestorben. Freunde, das könnte tatsächlich gerade ein neuer Highscore werden, ne? Ich habe noch zwei Leben und ich bin gerade mal bei 1000 irgendwas. Ich glaube, wir müssten diesmal wirklich tatsächlich über die 1300... Was war nochmal unser genauer Highscore? Ich glaube, das war 1332 oder so. Und wir sind jetzt schon bei der 1300 und wir haben jetzt schon den neuen High... Oh, mein letztes Leben. Konzentrier dich in den Kopf drin, Luca, schüttel den Kett von Kopf drin und... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist zu schnell und meine Augen, sie tun weh und ich will sie nicht verlieren. Denn ich singe, denn singen ist gut. Immer wenn Luca singt, ist er gut in Spielen. Das kann er gerade nochmal bezeugen, denn wir sind... gestorben gerade. Ne, was ich sagen wollte, ich bin nicht jemand, der das direkt öffentlich macht mit der Wohnung und so. Weil ich bin einer der Hauptgründe, warum ich ausgezogen bin, war, dass ein Brief von einer Zuschauerin vor der Tür lag. War jetzt nicht so cool. Deswegen mache ich da auch keine Roomtour oder so. Ich werde natürlich Bilder aus der Wohnung posten. Ihr werdet einen neuen Hintergrund sehen. Vielleicht zeige ich euch mal mein Aufnahmezimmer dann. Aber keine großartige Roomtour oder Information. Ich sage euch auch nicht, in welcher Stadt ich wohne. Es ist nicht die Stadt, die ihr denkt. Oh mein Gott, meine Augen. Tun sehr weh, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich sollte aufhören zu singen, aber... Ich wollte gerade sagen, dass... Ein letzter Versuch. Ein allerletzter Versuch. Ich werde mich jetzt so krass konzentrieren, dass es einfach nur ein neuer Highscore werden kann. Ich bin mir zwar nicht sicher, was unser Alter war, aber wenn da ein neuer Highscore steht, dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Hier, schnell an... Oh, ich bin gerade gestorben, Mann. Ihr dürft mich nicht so ablenken, Alter. Hört auf. Einfach klatschen und Luca Glück wünschen, okay? Danke. Da seid ihr auch... Oh Mann, ich habe euch doch... Oh, ich bin schon wieder... Und wir singen. Yeah, Luca. Schafft was. Wir haben die 1000 geknackt und wir sind auf dem Weg zu dem neuen Highscore. Und zwar ist unser Highscore irgendwie 1800. Ich bin mir zwar nicht sicher, was da genau ist, aber das ist jetzt auch schon unser letztes Leben, Alter. Wir müssen jetzt mehr als 600 schaffen. Okay, Freunde, das ist der allerletzte Run, wenn wir jetzt nicht mehr als 600 schaffen. Freunde, der allerletzte Run. Wir müssen irgendwie auf die 1800 zu. Wir sind bei 1500. Wir sind bei 1600. Wir sind bei 1000... aus. Wir sind bei 1400. Wir sindo ein. Wir sind bei 1000... Vielen Dank.